Yo, was geeeet? Willkommen in der heutigen Folge von Let's Battle mit dem guten alten Tropa! Tropa heißt, ne? Tropa Fuah! Okay, jetzt kann ich nicht mehr braten, ich hab kein Holz mehr. Äh, die Hunde sind weg, ich weiß nicht warum, ich komm zu dir. Komm zu mir, ich seh dich. Ja, wir haben den World Border übrigens erweitert, weil das einfach wirklich viel, viel, viel zu wenig war. Ähm, hier ist ne Höhle. Ja, da war ich schon drin. Ach so, okay. Also ich hab's ja nicht komplett erkundet, ich hab nur ein bisschen Eisen abgebaut und ein bisschen Stein. Okay, okay, gib mir die Hälfte des Fleisches und dann gehen wir weiter nach außen. Da war noch Fleisch drin, ne? Echt? Mhm. Dann müsste ich das jetzt auch, ach so. Okay. Wie viel hast du jetzt? Äh, mehr als genau sieben, komm. Okay, dann passt's ja. Ich hab vier. Pass auf den Kaktus auf, nicht gegenspringen, der zieht ihr Leben ab. Ich weiß. So, äh. Ja, ich weiß. Wollen wir uns über Nacht erstmal in den Berg da bauen und gucken, was wir da finden? Weil da ist schon der erste Zombie. Ich baue die nochmal ab, ne? Ja, weil da ist der erste Zombie schon. Da hinten sind Spinnen. Alex, wir müssen uns einen Unterschlupf suchen, sonst wird die sind noch tot. Da sind Spinnen, da ist Skelett. Wir bauen uns jetzt in den Berg da drüben. Okay. Wir warten erstmal die erste Nacht ab und versuchen irgendwie runterzukommen und irgendwie was zu finden oder so. Nein, das ist kein Strip-Mining. Ich kümmere mich um den Zombie. Der irgendwie kein, der leckt wie sau. Mhm. Okay, gut. Komm mit hoch. Hier oben hin. Naja, du sollst halt noch unser Bett aufstellen, ne? Ja, ja. Können wir ja alles gleich in der Wohnung da machen. Wir können uns immer noch nicht jagen, Freunde. Ja, aber die Mobs. Kannst du mal in die andere Richtung bauen? Hier lang? Ja, genau. Einfach, dass wir ein bisschen Platz hier drin haben. Dass ich für mich so eingeengt, weißt du. Ich hab Klaustrophobie. Ja. Also, du musst ein bisschen aufpassen, ne? Weil die Geborene jetzt später ab... Oh, cool. Guck mal hier. Da haben wir schon das erste gefunden. Also, wir haben erstmal... Ich finde, wir haben für das erste genug Holz. So. Wir dürfen da nicht so weit buddeln wollen. Scheiß wieder. Ein Team stript meint. Aber ich sag nicht welches. Ich buddel mich jetzt einfach nur irgendwie nach unten und guck, ob ich was finde. Oh, Kohle. Nein, Stripmine ist wirklich gezieltes Bauen. Mit gewissen Abständen. Wenn du einfach nur nach unten baust, ist das völlig planlos. Wenn die Kohle ist, dann kann ich hier so abbauen, ne? Ja, wenn man völlig... Alter, ist das viel Kohle. Wenn du einfach nur nach unten baust, ist das kein Stripminen. Ist auch ordentlich. Ist auch ordentlich Kohle, du. Ja, nein. Das ist so viel Erfahrung, ne? Wir haben Diamanten. Weißt du, was wir machen können? Mhm. Du kannst jetzt erstmal einen Ofen aufstellen, ne? Wir können verzaubern, Digga. Mhm. Komm. Warte, 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 stell dich auf. Warte. Mich regt das grad so übelst auf mit dem, ähm, mit den Hunden. Du hast keinen Waypoint gesetzt. Doch, ich stand direkt auf dem Waypoint, aber da war auf einmal kein Hund mehr. Nicht einer. Mhm. Ich weiß nicht, was da drauf. Äh, warte, hier, 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 hier. Hier, hier ist ein Stück Fleisch. Ja, das geht ja. Jetzt brennt erstmal das Eisen, ne? Ja, ja, egal. Hauptsache, wir haben erstmal irgendwas. So, das Eisen. Wollen wir uns erstmal Rüstung machen? Wir machen uns erstmal Rüstung, dann Waffen, oder? Ist mit dem? Ne, egal. Ne. Absolut. Was, Rüstung? Erst Rüstung. Es sind ja nur vier. Ja, aber jetzt allgemein, wenn wir mehr Eisen finden sollten, sollten wir vielleicht erstmal auf Rüstung gehen und dann auf Waffen. Ja. Wollen wir denn irgendwie noch Kohle? Die Uhrzeit wär noch cool. Ich dachte eigentlich, dass es die gibt bei der Mini-Mapper. Na ja, kommen wir mal schnell in die Uhrzeit. Na ja, du siehst, dass es außen dunkel ist, ne? Ja, ja, schon. Ich meine was, ne? Oh, wär cool. Wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Na, hast du Sticks? Ne, brauche ich. Bitte? Komm, reich rüber, die Dinger. Gib mal Sticks. Gib doch. Ja, du sollst mir geben. Ich hab doch nicht. Oh. Du Eumel, du fragst, hast du Sticks? Nein, gib mal. Hier hast du zwei. Mehr kriegst du nicht für deine freche Antwort, du Bixer. Du bist so ein richtiger Andy, Digga. Du bist ein Randy, Alter. Jetzt aber. Jetzt aber, Freundchen. Uh, schön, Alter. Bewegt sich. Boah, geiler, geiler Scheiße. Machen wir mal hier hoch, zack. Komm, machen wir mal hier, schön lecker. So. Das ist fertig, dann darf das hier noch braten. Oh, was kann man jetzt sagen? Mann, nicht mal irgendwas finden tu ich. Wir haben nicht mal ne Höhle gefunden bis jetzt. Ne, ne? Das erste, was du normalerweise machst, ist in der Höhle fallen, Mann. Minecraft ist auch nicht mehr das, was es mal war, ey. Aus vier kann man jetzt nix machen, ne? Äh, doch, Schuhe. Oder zwei Schwerter. Also, was du willst halt, ne? Also, mit zwei Diamanten sind wir so ein bisschen eingeschränkt, ne? Hier soll ich Iron Boots machen, oder? Äh, wir können doch erstmal auf Brustplatten sparen, weil ich hab Schuhe und ne Hose. Weiß ich nicht. Dann spar du doch erstmal auf ne Brustplatte. Okay. Locker bleiben. Ich bin so weit. Komm mal runter zu mir hier. Ich finde nix. Ich hör nicht mal ne Höhle. Ich hör gar nix. Das ist mir noch nie passiert. Der MC-Sound bei mir ist doch relativ leise, ne? Was ist langsam? Äh, du, 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 du. Nicht lang. Musik und Sounds. Können wir ein bisschen lange machen. 14. Passt. Ich hab Eisen gefunden. Hm, das ist doch nicht gut. Relativ viel sogar. Ja, dann sammle das mal nicht genau weg. Ich weiß ja nicht, warum ich jetzt hinter dir herlaufen soll. Oh, ich glaub meine Eltern kommen. Hahahaha. Lässig. Das war ein Spaß. Ja schon. Denn wie ihr alle wisst, bin ich ausgezogen. Ja. Ah. Ich hab ne, ich hab ne Höhle gefunden mit Wasser. Nice. Ah, vielleicht sollten wir auch erst mal, oh, Eimer machen. Ja, mach nen Eimer mit vom Eisen. Das ist gut. Und dann holst du Wasser von oben runter. Wir sind ja direkt am Wasser. Mhm. Aber nicht jetzt. Lass das später mal. Hier ist ganz viel Kohle und ganz viel Eisen. Weißt du ja, überhaupt die Scheiße. Ja, komm runter Bruder. Ich bin doch schon hinter dir. Hallo. Oh. Hast du nen Eimer? Hey, wie soll ich nen Eimer haben? Du hast doch drei, äh, äh, du hast doch drei Eisen, äh, vier Eisen gehabt. Achso, ja, stimmt. Nimm mal erst den Eimer, ne? Ja, erst den Eimer, damit wir anbauen können. Damit wir nie out of Essen sind, Digga. Hoch da. Uh. Uh. Irgendwas baut hier. Uh. Nein. Ich hab grad irgendwen irgendwie Erde setzen sehen, hören oder so. Das war ich. Echt? Oh, ja. Oh, ich dachte grad. Oh, ich dachte grad. Ich hab von Paras wegen dir, man. Dann einen Eimer. Bug it. Sehr nice. So. Ist er jetzt schon raus, oder? Äh, wenn du, wenn da nicht zu viele sind, ja gut. Dann, wenn du garantiert nicht stirbst, dann kannst du das gern machen. Guck mal. Aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Guck mal. Weil deine Kampfskills sind ja, wie wir wissen alle, wie alle wissen, sehr eingeschränkt. Ja. Ja. Okay. Kannst schaffen. Kannst schaffen. Ah ja. Zack. So. Wasser geholt. Nice. Und nicht gestorben dabei, hey. Bei mir läuft es richtig. Alter. Junge, 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 Junge. Bei mir läuft es richtig, Digga. So. Wieder zubauen. Schön. Überlebt. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Was brauche ich denn noch nicht mehr? Hier, die Oak Saplings brauche ich nicht mehr. Ich hab noch 7 Leder. Falls du erstmal eine... Leder schon. Ja. Genau. Ich hab 3 Leder noch. Ja komm. Hast du dann. Dann besser als gar nichts, oder? Ja. Gib mal her. Hier komm. Komm mal rein. Ob ich das nicht mehr habe. Warte. Hier wurde schon. Oh Gott. Jetzt geht das wieder raus. Und I will always love you. Alter. Hm? Ich hab ne Mine gefunden. Eine Mine? In Minekraft? Ja, ne ernsthaft. Hier findest du alles in so ner Mine. Wie mach ich das jetzt? Ich hab doch keine Ahnung davon. Du machst alles voll, außer den oben in der Mitte. Dann soll ich dich retarded. So. Alex, wir haben die perfekte Höhle gefunden. Creeper. 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 Ah. Schön die Lederrüstung. Okay. Perfekt. So. Gut. Wir machen jetzt. Wir müssen unsere Basis aber außerhalb sichtbar machen, ne? Äh. Ist ja jetzt keine Basis. Doch. Es wird jetzt ne Basis. Wir bauen hier raus. Wir bauen aus dem Berg raus. Damit man sieht, dass es ne Basis ist. Damit es fair bleibt. Ist das Deal? Ist das ein Deal? Ne. Müssen wir machen. Sorry. Aber. Ist Regel. Regeln ist Regel. Ich kann da noch ein Stück weiter laufen. Da. Komm mal mit. Komm doch einfach mal mit. Dann siehst du warum ich nicht weiter will. Ja. Aber das ist auch nicht erlaubt, Digga. Da. Außerdem brauchen wir ein Feld. Ja. Das kann man hier unten alles anbauen. Aber hier. Ach hier. Kann man es ja anbauen. Oh. Fuck. Fuck. Da kommt ein Skelett. Aber. Du hast hier halt alles. Hier finden wir auch irgendwie Diamanten. Hier wirst du alles finden. Das verspreche ich dir. Na gut. Dann müssen wir. Oh. Da kommt es. Da kommt es. Wir müssen uns abgewöhnen. Wieder uns gegenseitig zu hauen. Weißt du doch. Als wir so ausgerastet sind. Weil du so rumgeschrien hast. Ah. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Mama. Das weiß ich noch. Kann man ja immer einblenden. Nicht. Kapper. So. Wir machen jetzt oben erstmal die Basis fertig. Und dann gehen wir unten rein. Okay. Ich mache hinter uns zu. Ja. Mach auf jeden Fall zu unten. Wir haben. Ich habe 18 Eisen jetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Rüstung. die wir da haben. Mhm. Haben wir mir was geschrieben? Nö. Okay. So. Eisenkohle. Oder übersehe. Besser gesagt. So. Okay. Warte. Äh. Irgendwas wollte ich jetzt wegwerfen. Da. Endeszeit. Weg. So. Okay. Mach mal zu. Wir bauen am Tag. So. Jetzt können wir erstmal unser Inventar hier sortieren. Oh. Oh. Hier ist unsere Kiste. Warte. Ja. Hör mal rein. Sehr unauffällig. So. Da. 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 Betten. Gut. Wo? Das freu nicht. 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 Wenn du fertig bist, kannst du das ja mit Endeszeit zumachen. Was denn? Mit Endeszeit zumachen. Pack dein Bett daneben. Aber ich würde die Basis, lass die Basis mal nach hinten raus bauen. Obwohl. Nein. Nevermind. Jetzt müsste er aktiviert sein, oder? Ich weiß es nicht. Sieht es bescheuert aus, wenn man da mit der Fackel drin liegt. Ah. Nein. Ich komme nicht an die. Ich würde sagen, wir machen an den Ausgang auf jeden Fall Fackeln, dass man es halt einfacher kennt. Müssen wir. Das ist schade. Döne Spinne. Hexe, 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 Hexe. Mal zu. Komm, jetzt töte die doch, Alter. Hexen sind unser Untergang, das weißt du ganz genau. Ach, was. Man stirbt doch nicht durch eine Vergiftung. Haben wir doch gelernt, Digga. Ich habe plus 0,2 Knockback Resistrance. Oh, plus 0,4. Resistrance. 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 Oh. Oh, Wingardium Levios. Oh. 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 Du kannst eine Hacke. Das ist cool. Warte. Ich habe heute nichts gegessen, Mann. Echt? Ich habe eine Hacke. Hast du Wasser? Ich bin in die Drecks-Uni. Na, okay, nicht Drecks-Uni, aber ich bin in die Uni. Wollte dann eigentlich danach noch was essen gehen. Dann habe ich gemerkt so, oh, wir haben schon kurz vor sieben. Ich sollte noch nach Hause fahren, ne? Was? Ob ich Wasser? Äh, wie viel? Du hast nur einen Eimer Wasser, ne? Mhm. Ja, komm mit nach unten. Wir machen uns jetzt hier eine endlose Quelle an Wasser. Okay, okay. Nicht in mich reinlaufen, sonst schlage ich dich wieder. So, du musst jetzt hier hinten links bei der Fackel machst du einmal Wasser hin. Hier? Also hier? Ja, genau. Okay. Und dann machst du gleich schräg gegenüber den zweiten einmal hin. Oder gib ihn mir und ich hole schnell. Ja. Ich bin ja etwas agiler, wie wir wissen. Ich bin ja nicht so fett. Du hast ihn wieder eingesammelt. Ich bin so fett. Ja. Hallo, du hast ihn wieder eingesammelt. Was? Ich kann mich nicht mal selber im TS berühren. Oh Gott, war der schlecht, Mann. Du hast ja schon schlechter gebracht, ne? Der musste schlecht sein, Digga. Das ist wie, wie heißt die Sicht eines Inders? Inderview. Ich weine gleich. Weißt du, was auch witzig ist? Wenn du dir Klicks kaufst auf YouTube, dann sind das auch Interviews. So, jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle. Siehst du, jetzt haben wir hier Wasser und zack, es füllt wieder auf. Geil. Ab nach unten. Hast du eine Schaufel? Ne, du? Bringst du eine mit? Das ist hier wirklich keine. Ja, bring mir eine mit, bitte. Wie soll ich das jetzt machen? Du gehst nach oben. Alter. Da sind zwei Skelette. Wir haben kein Holz mehr, ne? Doch, ich hab noch Holz. Ja. Wow, wie soll ich denn die dann machen? Oh, ich dachte, du hast Holz. Nein. Kurva. Superbliert. Nö, jetzt kann ich es selbst. Du kannst auch nichts. Was solltest du nochmal machen? Mach eine Schaufel. Schaufel. Nein. Ich kann nichts, aber der kann sich nicht mal das merken, Alter. Hier, ich hab jetzt eine Hake und eine Schaufel. Hier, du kriegst die Schaufel, du buddelst. Hehehe, buddel. Ja, wohin? Hä? Da muss man doch nicht mehr buddeln. Da muss man doch nur haken. Ja, aber du musst ja auch Wasser haben, um die Karotten zu bepflanzen. Ja, stimmt. Ja, okay. Sorry, gemodelt. Aber lass das doch mal bitte hier machen. Lass das mal dem Papa machen. Du stehst immer drin, ich kann nichts abbauen. Wo willst du denn jetzt hin? Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will das nicht direkt in der Höhle bauen, das Essen, weil dann laufen die ganzen Zombies da rüber. So, ich mach das jetzt nämlich so. In der Mitte können... Wir können schon mal den Dirt von unten holen, ne? Aha. Jetzt mal einfach hier, da hinten, das noch... Was willst du denn jetzt machen? Naja, wir müssen ja auf einen Weg gehen können. Wir müssen Wasser haben. So, und hier kommt jetzt das Wasser rein. Okay. Das mach ich so. Und... Warte, das können wir auch so machen. Ist besser. Und... Da kommt der Dirt rein. Hast du Dirt? Ich hab einen. Einen hab ich, ja. Dann haben wir ja schon zwei. So. Okay, jetzt versuchen wir... Komm. Gemeinsam sind wir stark. Ja. Oh. Meinst du weit gelaufen? Aber ich hab's gemerkt, ne? Enderman. Komm, wir holen uns eine Enderperle, Digga. Guck auf seine Füße, wenn du gegen ihn kämpfst. Digga, da ist ein Creeper. Alex. Warte, war ganz kurz. Kämen kurz weg. Guckt mich an. Mach schon. Ah! Deswegen. Kloll! Deswegen. Damit hinter uns nichts kommt. Okay, das haben wir... Ich dachte grad, warum greift mich das Huhn an, Alter? Okay, du darfst den Enderman nicht direkt angucken. Der Creeper ist weg. Nein, da ist der Creeper. Da ist der Creeper. Okay, warte. Greift mich der Bastard an, Alter. Ich glaub's nicht. Das ist nicht leistig. Oh! Digga, wenn das lag, ist das richtig asozial gegen Creeper zu kämpfen, ne? Ein paar Beine. Das ist noch ein zweiter. Ach, das sind zwei Creeper. Okay. Oh. Er kommt her. Komm jetzt, komm. Komm, komm. Komm richtig, richtig rein. Komm, komm! Oh. Alles klar. Okay, und jetzt den Enderman. Kommst du runter? Ja, ja. Nicht angucken, guck auf seine Füße, wenn du campst. Ja, ja. Er weiß, ich weiß. Ich weiß. Er ist tot. Er ist tot. Skelett, Skelett, Skelett. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich werd schon im Zickzack. Komm hoch. Er hat nichts gedroppt, Alter. Er hat einfach gar nichts gedroppt. Okay, ich bin weg hier. Ich bin weg hier. Komm. Lass's gehen. Lass's gehen. Haha. Digga, wir haben kein Leben von heute. Alles gut. Egal trotzdem. Da ist ein Skelett. Ich pack hier ein paar Fackeln hin, damit ich... Oh! Das ist eine Mine hier. Das ist eine richtige Mine. Krass. Und das Ding ist, hier sind nämlich überall Kisten versteckt. Und hier könnte auch theoretisch das Ender-Portal sein. Okay. Aber wir wollen jetzt nicht den Ender-Drochen bekämpfen. Okay, folgend Ende. Komm, wir gehen schnell... Wir gehen auch... Komm, wir gehen schnell hier rein. Komm her. Ja, okay, gut. Dann nicht. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Was? Achso. Bis zum nächsten Mal. Ja gut. Macht's gut. Wenn's euch gefallen hat, Bewertungen, ihr wisst, schaut bei den anderen Teams auch vorbei. Bis dahin macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Souls! Tschüssi degrau. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi channels. Tösch! Kom! Schaff! Löserłum. Tschüssi.